Wir wollen uns in dieser Reihe damit beschäftigen, wie wir Excel einsetzen können, um energietechnische Probleme oder Aufgabenstellungen zu bearbeiten und zu lösen. Dazu werden wir uns verschiedene Funktionen anschauen, die Excel bereitstellt und uns dann Schritt für Schritt vorarbeiten, damit wir dieses Tool, was eigentlich auf jedem Arbeitsplatz-PC verfügbar ist, einsetzen können, um die meisten Aufgabenstellungen in der Energietechnik, aber auch im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften zu bearbeiten. Wichtig ist, wir werden in dieser Reihe nur auf die Funktionen setzen, die man in Excel zur Verfügung hat. Wir werden keine Makros und kein Visual Basic verwenden. Da denke ich persönlich, da ist es dann sinnvoller, wenn man anfängt, kleinere Programme oder Makros in Excel zu schreiben, dass man das dann direkt in einer höheren Programmiersprache machen kann, in Python zum Beispiel, und dann die Arbeitsumgebung von Excel verlässt. In der ersten Folge wollen wir uns mit den grundlegenden Funktionen einmal vertraut machen. Ich habe jetzt hier das Excel geöffnet innerhalb der Teams-Umgebung. Das sollte dann in der Standalone-Version ähnlich aussehen. Wir sehen hier die einzelnen Zellen. Also Excel ist ja ein Tabellen-Kalkulationsprogramm. Wir haben also diese Spalten, die sind hier durchnummeriert mit den Buchstaben A, B, C, D. Das geht dann immer so weiter. Wenn man weiter nach rechts geht, dann geht es dann nach Z-Lose mit A, 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 B und so weiter. Die einzelnen Zeilen sind durchnummeriert, 1, 2, 3, und jede Zelle hat eine eindeutige Bezeichnung. Das sehen wir dann hier. Also diese Zelle hat jetzt hier den Namen B2, B3 und so weiter. Man sieht hier oben auch immer noch mal das Namensfeld. Hier vielleicht schon direkt der erste Hinweis. Man kann diesen Zellen auch einen eigenen Namen geben. Das heißt, ähnlich wie so ein Variablen-Name kann man dann hier einen Namen verändern. Das gucken wir uns gleich einmal an. Wenn wir jetzt hier die Zelle füllen wollen, dann können wir einfach einen Text reinschreiben. Also z.B. Lorem und Ipsum. Dann steht hier ein Text. Man sieht auch hier oben in dieser Kommandozeile, will ich sie mal nennen, haben wir auch noch mal den Text dann stehen, der hier verwendet wird. Wir können natürlich auch Zahlen reinschreiben. 1, 2, 3. Dann erkennt Excel direkt, dass es eine Zahl ist. Man kann dann mit diesen Zahlen auch tatsächlich unmittelbar rechnen. Beim Texten, die kann man natürlich auch noch weiterverarbeiten. Was hier vielleicht schon ganz interessant ist, wenn ich jetzt hier mit der Maus über diese Zellen gehe. Die werden in der grünen markiert. Ganz unten in der Fußzeile gibt es dann erste Informationen, was der Mittelwert ist, was die Anzahl ist, die wir markiert haben und die Summe. Man kann hier noch mehrere Punkte ergänzen. Das Minimum, das Maximum noch ergänzen. Das sieht man hier unten immer ganz klein in der Fußzeile. Was immer ganz praktisch ist, wenn man dann immer sehr schnell eine Information zu sein, Daten bekommt, die man hier zur Verfügung hat. Ein weiterer Aspekt ist dann noch, wenn man hier auf dieses kleine grüne Quadrat geht mit der Maus, sieht man, dass sich der Cursor verändert. Man kann dann hier diese Zellen nach unten ziehen und Excel ergänzt automatisch dann diese Reihe, weil er erkennt, dass es eine Reihe von 1 erhöht. Und dann ergänzt er jeweils hier diese Reihe. Das kann er dann auch machen, wenn wir jetzt hier sagen, 2, 4, 6. Auch das erkennt Excel und merkt dann, es ist eine Zweierreihe, also ergänzt er das. Das ist wirklich ganz praktisch, weil Excel da schon einiges an Hilfsmitteln oder Intelligenz zur Verfügung stellt. Man sieht auch diese Auto-Ausfüll-Option, die kann man hier dann tatsächlich schon auswählen. Denn da bietet Excel schon einiges an Hilfe. Weiterer Aspekt bei den Zellen ist natürlich, dass man dann mit diesen Zellen und in diesen Zellen auch rechnen kann. Wie funktioniert das? Wir können die Zelle, oder wir beginnen mit einem Gleichheitszeichen. Das geht auch immer, wie gesagt, hier oben in der Kopfzeile. Wenn wir jetzt hier sagen, 3 plus 3, drücken Return, dann haben wir hier direkt eine 6. Er schlägt direkt noch ein paar Dinge vor, um uns da zu unterstützen. Also hier oben bei diesem Funktionsknopf, das ist das, was er gerade sagen wollte, gibt es hier verschiedene Funktionen. Das gucken wir uns in einer späteren Folge dann nochmal an. Also, wir haben jetzt gerade gesehen, ich kann hier direkt rechnen, 3 plus 3, jetzt hier 4 plus 4. Das ist natürlich ganz praktisch. Entsprechend 5 mal 5 wären dann natürlich 25. Und wenn man drüber geht, sieht man halt hier oben immer in der Befehlszeile nochmal die Funktionen, die Rechenvorschrift, die wir haben. Wenn man doppelt draufklickt auf die Zelle, sieht man es auch noch einmal. Man kann natürlich jetzt auch mit Zellen selber rechnen. Das heißt also, ich kann jetzt hier nochmal Werte reinschreiben. 1, 2, 3 und 4. Und ich möchte jetzt sagen, nimm doch bitte den Wert dieser 4 Zellen und schreibe immer den dreifachen Wert rein. Wie mache ich das? Ich sage, ich möchte 3 mal und dann den Zellwert. Und was wir da sehen, ist dann schreibt er hier das D8. Warum D8? Weil das die Zelle mit dem Namen D und 8 ist, also Spalte D, Reihe 8. Wenn ich dann Return drücke, dann nimmt er den Wert, der in dieser Zelle steht und multipliziert ihn mit 3. Doppelklick auf das kleine Quadrat. Dann füllt er das automatisch aus. Und wir sehen hier unten, das ist jetzt nochmal wichtig, haben wir jetzt stehen 3 mal D11. Das heißt, er hat diese relative Referenzierung auf diese Zelle mit verschoben. Das wirkt im ersten Moment etwas verwirrend. Wir gucken uns gleich mal an, was das Problem dabei sein kann. Erstmal ganz klar, wir wollen hier sagen 3 mal D11. D11 hat den Wert 4, 3 mal 4 ist 12. Wichtig jetzt hier noch zu sehen, dass es sich hier um eine relative Referenzierung handelt. Was bedeutet das? Wenn wir diese Werte jetzt nochmal nehmen oder diese Zellen nehmen, wir markieren sie, kopieren sie. Das heißt, wir klicken hier oben auf kopieren oder machen es um den Shortcut und sagen dann hier einfügen. Dann steht jetzt hier 9, 18, 27, 36. Warum? Was hat er gemacht? Hier steht jetzt 3 mal E8. Was gehört das? Hier hatten wir jetzt gesehen 3 mal D7. Und hier steht jetzt, in dieser Spalte F steht 3 mal E8. Was heißt das? Das heißt, er hat dieses Kopieren oder diese Zellbeziehung, die hat er mitkopiert. Was bedeutet das denn hier? Eigentlich steht ja hier, nimm den Wert der Zelle, die 1 neben deiner aktuellen Zelle ist. Das ist ja 1 daneben, also von der grün markierten zu der blau markierten ist 1 nach links. Und multipliziere diesen Wert mit 3. Und diese Referenzierung hat er hier übernommen, denn wir sind jetzt in der Spalte F. Da haben wir auch gesagt, gehe 1 nach links und multipliziere den Wert, der 1 links von der grünen umrandeten Zelle steht, mit 3. Das wirkt manchmal etwas verwirrend, wenn man da nicht mit vertraut ist, weil er dann vielleicht durch diese Referenzierung manchmal Formeln erstellt oder Funktionen nutzt, die man so nicht geplant hat. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen bei dieser Referenzierung. Wichtig ist immer, er markiert immer die Zellen, die in der Gleichung dieser Funktionsvorschrift verwendet werden. Man kann jetzt auch noch kompliziertere Sachen machen, also E8 mal F8. Das wollen wir berechnen. 3 mal 9 ist dann 27. Wir klicken wieder doppelt auf das kleine grüne Quadrat und füllen es aus. Das heißt, hier unten jetzt in der Zelle G11, was steht da? Nehmen wir den Wert 2 links von der grünen Zelle, nämlich E11, 2 links, mal den Wert 1 links davon. Das ist das Rote. Man hebt das auch farblich hier vor, dass man sofort sieht, wo die Werte herkommen, die dann hier verarbeitet werden. Und 12 mal 36 ergibt dann 432. Das ist also ganz nützlich. Man muss aber auch immer bedenken, es geht immer um eine relative Verschiebung, um einen relativen Bezug zu diesen Zellen, wenn man das hin und her kopiert. Da werden wir immer wieder darauf stoßen, dass man da ein kleines bisschen aufpassen muss. Wenn man das jetzt nicht möchte, dann ist man natürlich in der Lage, solche relativen Verschiebungen zu verhindern. Das geht über das Dollarzeichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den Wert aus der Zelle E8 multiplizieren mit dem Wert in der Zelle G8. Machen wir das mal, dann kommt hier natürlich 81 raus und so weiter. Und jetzt möchte ich aber, wenn ich das hier noch eins weiter nach rechts schiebe, also auch hier wieder nehmen, das auf das kleine grüne Quadrat, nach rechts schieben, dann hat er hier wieder diese relative Verschiebung gemacht. Jetzt hat er hier F8, also 3 nach links und 1 nach links. Das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Das wollen wir aber vielleicht gar nicht, sondern wir wollen eigentlich sagen, bitte bleibe hier in der Spalte E. Wie mache ich das? Ich kann hier ein Dollarzeichen davor setzen. Das bedeutet dann, dieses Dollarzeichen, diese beiden jetzt zusammengenommen, bedeutet, verschiebe diese relative Referenzierung nicht, wenn wir es weiter kopieren. Das heißt also, hier halten wir jetzt quasi die Spalte fest, kopieren das hier runter. Jetzt haben wir hier halt, das hat er noch nicht gemacht, wir kopieren das jetzt hier runter. Er hat das hier nicht übernommen, das machen wir das nochmal. Also jetzt haben wir hier E8, kopieren das hier runter. Jetzt steht es auch hier unten, E11, Dollar E11, also auch wieder hier diese Referenzierung, mal 1 nach links. Und wenn wir jetzt diese Werte nehmen und noch eins weiter kopieren, ändern sich die Werte. Warum? Hier steht jetzt Dollar E8 mal H8. Also wir haben jetzt hier diese Zelle festgehalten, und zwar diese Referenzierung nach hier links. Und hier, das Rote ist ohne Dollarzeichen, das heißt hier haben wir diese Referenzierung 1 nach links. Das ist halt ganz praktisch, wenn man Tabellenüberschriften hat, also die Spalten eine Überschrift haben, oder manchmal auch die Zeilen eine erste führende Spalte haben mit Informationen. Dann kann man hier damit diese Referenzierung festhalten und dann Berechnungen entsprechend ausführen. Auch da werden wir im Laufe dieses kleinen Kurses in Excel nochmal ein paar Beispiele sehen. Das gleiche geht natürlich dann auch mit den Zeilen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Wert 5 haben, und hier haben wir den Wert 6 stehen, und ich möchte jetzt hier in dieser Zelle hier unten berechnen, dieser Wert mal diesem Wert, also D14 mal E15, 2 links, 2 hoch, das ist das blaue, 1 links, 1 hoch ist das rot markierte. Dann sind das natürlich 30. Und wenn ich jetzt diese Zelle festhalten möchte, also ich kann das mit, auf dem Windows-Rechner mit der Funktionstaste F4 machen, ansonsten kann ich halt hier mit den Shortcuts auch einfach arbeiten, oder die Dollar reinschreiben, also Dollar D, Dollar 14, heißt, ich halte jetzt immer die Zelle D14 fest, hier diese 5. Und wenn ich jetzt hier sage 7, 8, 9, und ich ziehe das hier runter, dann hat er immer D14, Dollar D, Dollar 14 heißt, wir halten diese Zelle fest, wir ändern nicht die Zeile, nicht die Spalte, mal E18, das ist immer das Relative, von der grünen Zelle 1 links, 1 hoch, und berechnet dann die Werte entsprechend 45, schreiben wir hier eine 2 rein, ändern sich sofort die Werte, weil dann natürlich jetzt hier in dieser Zelle F18, wissen wir, wir haben gesagt, D14 festgehalten, also der Wert 2 mal E17, 1 links, 1 rauf, führt also dann zu 2 mal 8 ist 16. Letzter Punkt vielleicht noch, ich hatte das gerade erwähnt, wir können hier oben das Namensfeld verwenden und ändern, ich kann, also dieser Zelle D14, die heißt halt immer so, die kann ich aber auch umbenennen in, nehmen wir das mal, Referenzzahl, so, dann haben wir hier eine Referenzzahl, das ist halt diese Zelle, und ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 5 reinschreibe, kann ich sagen, nehme doch diesen Wert, H14, mal den Wert aus Zelle D14, dann würde er das berechnen, oder ich nenne, nehme hier die Referenzzahl, ich kann hier auf dieses kleine 3 klicken, dann kann ich das auf die Referenzzahl beziehen, oder ich kann auch hier reinschreiben, Referenzzahl, dann schlägt er mir schon die Variable vor, habe 10, und wenn ich das jetzt hier weiterführe, 10, 15, 20, Doppelklick, was passiert, er hat hier H17, also 1 nach links, mal der Variable Referenzzahl, das ist halt hier unsere Zelle D14, die wir hier so benannt haben, dann berechnet er das auch, das heißt, wenn man irgendwelche Parameter zum Beispiel hat in der Berechnung, ob das jetzt in der Energietechnik Höhen von Windturbinen sind, oder andere Parameter, dann kann ich die hier fest hinterlegen, kann dieser Zelle auch einen Namen geben, weil ich dann sprechende Variablen habe, statt dieser Zellbezeichnung mit den Buchstaben und den Zahlen, das ist natürlich, was die Lesbarkeit und die Fehlersuche angeht, deutlich besser, wenn man dort entsprechende Variablen Namen vergibt. Soviel zur Einführung, in der nächsten Folge starten wir dann mal mit den ersten einfachen Funktionen, aber was die Bedienung, die Steuerung angeht, jetzt hier in Excel, haben wir das Wichtigste kennengelernt.